Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über Politik, Faschismus und verschiedenen politischen Gesinnungen, die wir heute etwas genauer erörtern wollen. Ich bitte im Vorfeld bereits schon meine etwas stärkere Erkältung zu entschuldigen, im Vorfeld dafür, dass etwaige Hustenanfälle dieses wunderschöne Video möglicherweise unterbrechen könnten. Ich glaube, dass mein Videoaufnahmeprogramm es noch nicht zulässt, dass ich das Ganze herausschneide. Politik ist derzeit ein Thema, was sehr viele Menschen zuhauf interessiert. Nicht zuletzt deshalb, weil wir erkennen, dass viele verschiedene politische Ansichten sehr kontrovers diskutiert werden, aber auch weil wir erkennen, dass die Politik ganz eindeutig Fehler macht, vor allem auch Fehler, die offenkundig sind. Und das Thema ist per se betrachtet nichts Neues. Das Thema Politik beschäftigt die Menschen schon seit mehreren Jahrhunderten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden. Wir können jedoch eine Entwicklung feststellen, in der wir sagen können, dass die Menschen sich sehr viel mehr für Politik interessieren. Auch der allgemeine Mittelstand interessiert sich sehr viel mehr für Politik. Alleine schon daher, dass er selbst von dieser Politik direkt oder auch indirekt betroffen ist. Und damit wir in das ganze Thema einsteigen können, möchte ich mit einem Zitat beginnen. Eine einzige geniale Idee ist mehr wert als 30 Jahre Büroarbeit. Dieses Zitat ist übrigens von dem ehemaligen nationalsozialistischen Herrscher Adolf Hitler. Das Zitat an sich ist nicht falsch, doch es ist natürlich schon sehr, sehr schwierig, ein solches Zitat überhaupt nach draußen zu tragen, ohne gleich dafür kritisiert zu werden. Deswegen schauen wir uns allerdings einmal diesen Satz an. Denn genau das wollen wir heute machen. Wir wollen eine einzige geniale Idee hervorbringen, nach draußen tragen, zusammen erörtern, damit wir das Problem, was wir derzeit haben, nämlich Verunsicherung, Angstgefühle, Wutgefühle, dass wir das in den Griff bekommen. Denn was wir derzeit sehen, ist eine gesellschaftliche Spaltung. Eine gesellschaftliche Spaltung, die dazu führt, dass die Menschen nur noch mehr Angst haben. Und Angst ist etwas, was sehr oft auch mit Wut verbunden ist und was auch zu einem gewissen Anteil Hass und Wut nicht nur beinhaltet, sondern auch auferleben lässt. Das heißt, dass man sich nicht nur aus sich selbst heraus von Angst zerfressen fühlt, sondern dass wir diese Angst in Form von Wut und Aggression auch nach draußen tragen. Dass wir das an Menschen tragen, die es möglicherweise nicht verdient haben. Und die große Problematik ist der Faschismus. Faschismus allerdings bitte versteht es nicht in dem Kontext, in dem ihr es bisher immer gelernt habt. Denn das ist nämlich das Kernproblem. Faschismus ist ja etwas, was damals erstmals als Begriff aufkam, als Mussolini in den 1920er Jahren in Italien an der Macht war, wo ein totalitärer Staat, ein diktatorischer Staat geformt wurde, der alle anderen Menschen exkludiert hat. Das heißt, es wurden Menschen, politische Gegner, also Menschen mit anderen Ideen, mit anderen Ideologien politisch verfolgt und entsprechend auch umgebracht. Faschismus ist daher eine sehr gefährliche Sache. Doch das, was wir heutzutage sehen, das ist kein Faschismus. Zumindest nicht in seinem Ausmaß. Denn wir müssen hier eine sehr große Unterscheidung treffen zwischen dem, was wir mit Faschismus meinen und dem, was Faschismus tatsächlich bedeuten soll. Denn das, was wir mit Faschismus meinen, ist sehr häufig, gerade von linker Ideologie oder gerade von kommunistischer Seite aus, ein Kampfbegriff. Ein Kampfbegriff, der benutzt wird, um antifaschistisch zu handeln, um antifaschistisches Denken heraufzubeschwören, indem man Faschismus kritisiert, dabei allerdings vergisst, dass man selbst Faschismus anwendet. Deswegen möchte ich hier direkt einmal eine Grundunterscheidung treffen, die wir differenzieren müssen. Das ist einer der großen Fehler, die wir in unserer Gesellschaft machen. Denn die Rechten stehen heutzutage sehr stark in der Kritik. Gerade in allem Betracht der deutschen Geschichte muss man natürlich hinterfragen, ob es sinnvoll ist, überhaupt rechtes Gedankengut zu beinhalten, ob man überhaupt rechtem Gedankengut folgen soll. Wir müssen uns allerdings fragen, was ist rechtes Gedankengut? Denn wir müssen eine Unterscheidung treffen zwischen Konservativismus, rechtem Denken und Rechtsextremismus. Also konservativ, rechts, rechtsextrem. Das sind alles Aspekte, die zwar grundsätzlich bei fehlender Differenzierung unter einen Kamm gesteckt werden, in eine Schublade gesteckt werden können, aber sehr große Unterschiede sind hier festzustellen. Grundsätzlich, und das möchte ich bereits voranbringen, ist Extremismus nie eine Lösung. Dabei ist es unerheblich, ob es sich hierbei um Rechtsextremismus oder um Linksextremismus handelt. Denn Linksextremismus hat eben eine völlig andere politische Gesinnung. Doch was dahinter steht, ist die Extreme. Die Extreme, anderen Menschen Angst zuzufügen, anderen Menschen Gewalt zuzufügen, andere Menschen zu diskreditieren, zu diffamieren, öffentlich zu beleidigen. Oder vielleicht auch, wie derzeit der Fall, Menschen versuchen, die Grundrechte abzuerkennen. Wer zwischen den Zeilen lesen kann, der weiß bereits, worüber ich hier spreche. Gleichzeitig gilt es aber auch von der anderen Seite aus, diese Art von Extremismus, dass man Flüchtlingsheime anzündet. Dass man versucht, mit Baseballschläger und Bomberjacke jedwede Art von Mensch mit anderen Meinungen persönlich zu attackieren. Mindestens verbal, wenn doch nicht aber auch in physisch und automatisch inhärent auch psychischer Form. Deswegen müssen wir Faschismus erstmal genauer beleuchten. Faschismus ist ganz klar vom Nationalsozialismus abzugrenzen. Denn während Faschismus für sich selbst stehen kann, inhärent einhergehend ist damit allerdings auch Rassismus und Antisemitismus im Nationalsozialismus. Das heißt, während der Faschismus erstmal einen totalitären diktatorischen Staat ausmachen kann, beziehungsweise die Ausgrenzung von anderen Menschen beinhaltet, so inkorporiert der Nationalsozialismus eben Antisemitismus und Rassismus, also grundsätzlich das Ausgrenzen, wenn nicht gar das Bekämpfen anderer Kulturen aufgrund der eigenen Ideologie. Das ist groß zu unterscheiden, denn auch diese Differenzierung, das ist Fehler Nummer zwei, wird oft nicht gemacht. Denn wenn wir von Faschismus sprechen, dann sprechen wir oft davon, gegen ultrarechte nationalistische Personen, dass wir diese bekämpfen wollen. Wir wollen Faschismus bekämpfen, indem wir rechte Personen bekämpfen. Und das ist aber leider eben nur eine Hälfte derer, die Faschismus ausüben. Denn dann gibt es noch den Faschismus, der von links kommt. Und Faschismus, der von links kommt, beginnt, indem man gegen rechts kämpft. Und das ist jetzt sehr, sehr schwierig, denn wir landen hier im Toleranzparadoxon. Das Toleranzparadoxon bedeutet, dass wir versuchen, jemanden zu intolerieren oder jemanden nicht zu tolerieren, der selbst intolerant ist, weil er intolerant ist. Das ist das Toleranzparadoxon. Wir kritisieren Intoleranz, aber auch nur dann, oder beziehungsweise wir wollen, Toleranz wollen wir haben und deswegen kritisieren wir jene und sind intolerant gegen jene, die selbst intolerant sind. Und da ich allerdings weder auf rechter noch auf linker politischer Seite grundsätzlich erstmal stehe, orientiere ich mich, und das ist meine Aufgabe auch als Philosoph geworden, dass ich mich darauf konzentriere, auf die Bedürfnisse des Menschen zu achten. Und die Bedürfnisse des Menschen, wie man sieht, sind so diametral unterschiedlich, dass rechts und links gegeneinander kämpfen. Das bedeutet aber auch, dass ich mir die Ideen von linken Menschen als auch von rechten Menschen anschauen muss. Dass ich mir die Menschen mit progressiven Ideen als auch von konservativen Ideen anschauen muss und dass ich mir auch anschauen muss, oder dass wir uns auch anschauen müssen, warum Linksextremisten eben Linksextremisten sind und warum Rechtsextremisten eben Rechtsextremisten sind. Das ist die große Schwierigkeit, wenn man doch seine eigene Meinung bereits hat. Seine eigene Meinung von der tatsächlichen Realität abzukoppeln, das erstmal auf analytischer Basis zu betrachten, das ist eine gar komplexe Aufgabe, die wir nicht leicht zu lösen vermögen. Und deshalb möchten wir hier also einsteigen. Konservativ ist deshalb so stark von rechts oder gar rechtsextrem abzukoppeln, weil wir alle Menschen, alle Menschen grundsätzlich erstmal auf konservativen Werten beruhen. Wir können also niemanden kritisieren gleich, der konservative Werte vertritt, weil er konservative Werte vertritt, nur weil wir sie eben auch selbst vertreten. Ein kleines Beispiel ist die Ehe. Die Ehe ist im Christentum ein kirchliches Konzept, was Mann und Frau dazu befugt hat, ja, einander eine Familie zu gründen, Kinder zu zeugen, etc. Eine Sache, die ich stark in die Kritik stelle, da sie eben nicht, nicht weil sie konservativ ist, sondern weil sie zunächst erstmal sinnlos ist. Wir können natürlich, können wir hinterfragen, ob das Ritual, was hinter dem Ausdruck der Liebe steckt, ob das nicht etwa der Grund ist, warum Menschen heiraten. Und ich würde auch grob sagen, dass viele Menschen das aus dem Grund auch tun. Trotzdem beruht die Geschichte hinter der Ehe, ja, also die Reminiszenz, ja, ist an die Kirche anzulehnen, ist an das Christentum anzulehnen. Und das ist ja aber auch etwas, was wir gleichzeitig als progressive Menschen, als Menschen, die fortschrittlich denken wollen, ja, gleichzeitig etwas, was wir deshalb ablehnen. Das heißt, wenn wir die Kirche ablehnen, dann müssen wir auch die Ehe ablehnen. Aber viele Menschen, sehr viele Menschen sind verheiratet, weil sie es eben unter einem anderen Aspekt verstehen, nämlich nicht, dass es eine Art Vertrag ist, den Mann und Frau haben, um sich finanziell oder in irgendeiner Art moralischer Instanz abzusichern. Und es nur darum geht, zu dem Zeitpunkt, wo man die Gefühle hat, auch seine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Problematisch ist nur, dass Liebe oder echte Gefühle bei sehr vielen Menschen nicht ewig hält. Und deshalb ist das Ganze hinterher eine zweiseitige Medaille. Aber jeder, der verheiratet ist, hat alleine deshalb schon einen konservativen Wert in sich behaftet. Auch ein ganz normales Familienbild, Mutter, Vater, ein, zwei Kinder oder vielleicht auch drei Kinder, ist ein konservatives Denken. Dass wir konservativ denken, ist daher erstmal etwas völlig Normales. Konservativ ist es auch, dass wir morgens aufstehen, etwas Frühstücken und zur Arbeit gehen. Weil die einzige Begründung, warum wir genau das tun, ist, wir haben es ja immer schon so gemacht. Dass man aber auch eine Nachtschicht einlegen kann, wie es ja heutzutage glücklicherweise öfters der Fall ist für Menschen, die sich eher als Nachteulen bezeichnen oder auch als Nachteulen sehen, die also gerne eher in der Nacht aktiv sind. Zum Glück ist das heutzutage mehr etabliert. Aber das ist eben etwas Progressives. Es ist eine andere Art zu denken. Es ist etwas Fortschrittliches, was diametral gegenübersteht der Ansicht, dass man morgens früh aufstehen und zur Arbeit gehen muss. Also ist auch das ein konservativer Wert, weil es eben etwas ist, was wir so gelernt haben und seit Jahrtausenden bereits genau so praktiziert wird in der überwiegenden Mehrheit. Nun kommen wir aber genauer etwas auf den Faschismus zu sprechen. Faschismus beinhaltet vor allem ja aber, dass wir Menschen ausgrenzen. Wir müssen auch das, nochmal um Faschismus zu verstehen, vom Totalitarismus abgrenzen. Ein totalitärer Staat ist ja ein Staat, der bestimmte Meinungen und Ideologien auch grundsätzlich bekämpft, indem wir Kontrolle ausüben. Also Kontrolle über andere Menschen. Und das ist ein Teilaspekt des Faschismus. Das heißt, wir können nicht antifaschistisch sein, ohne direkt eine Art von Kontrolle auszuüben. Und diese Kontrolle kann natürlich auch mit Gewalt ausgeübt werden. Und auch die Antifa, die von sich selbst behauptet, gegen Faschismus zu kämpfen, wendet aber Faschismus an, um eben Menschen dazu zu bringen, nicht mehr faschistisch zu sein. Das Ziel kann redlich sein. Kann auf eine sehr schöne Art und Weise verbal ausgesprochen werden, wird in der Praxis jedoch sehr, sehr häufig stark kritisierend exekutiert. Wir müssen davon abkommen, dass wir Gewalt oder verbale Diffamierung, Diskreditierung anwenden, um an die richtigen Ideale zu kommen. Denn die richtigen Ideale, so sehr sie auch erkämpft werden müssen, können nur dann bestehen, wenn die Ideologie, derer man folgt, unabstreitbar die korrekteste und die richtige ist. Wir können nur behaupten, dass wir die Guten und die anderen die Bösen sind, wenn unsere Ideologie tatsächlich auch belegbar ist und nicht mit der eigenen Meinung reproduziert werden kann. Kleines Beispiel. Freiheit ist etwas Gutes. Wir wollen, dass die Menschen frei leben können. Und weil Freiheit etwas Gutes ist, ist es das Richtige. Es ist gut, weil es richtig ist. Aber wer sagt das? Wer sagt das? Man kann das Ganze hinterfragen und andere Personen haben das hinterfragt. Und nur, weil ich diese Aussage tätige, heißt es nicht, dass ich dagegenstehe. Also ich bin grundsätzlich ein großer Befürworter von Freiheit, würde sogar mal grob behaupten, dass meine Ansicht zu Freiheit eher noch etwas weiter geht als die Menschen, die von sich behaupten, frei zu sein. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass Freiheit beispielsweise auch etwas ist, was eine sehr konservative Idee ist. Freiheit basiert auf einem konservativen Konzept, nämlich, dass das auch schon in sehr vielen anderen Epochen unserer Menschheitsgeschichte bereits erstrebt wurde. Freiheit ist ein extrem starkes Gut, was sehr, sehr schwer zu erreichen ist, solange es Menschen gibt, die totalitaristisch, also Kontrolle ausüben wollen. Ja, solange sie totalitaristisch sind. Und nun gibt es aber eben jene, dass man versucht, Konservative mit Rechten und Rechtsextremen, und Rechtsextreme meint hier ganz klar, die, die Gewalt anwenden und Menschen aufgrund einer anderen Herkunft oder einer anderen Hautfarbe, einer anderen Kultur beleidigen oder gar mit Gewalt angreifen, dass man versucht, Konservative mit Rechtsextremisten in einen Zusammenhang zu bringen. Und dieser Zusammenhang findet sich heutzutage in verschiedenen Parteien. Und damit meine ich übrigens nicht nur die AfD, mit deren Hilfe oder fast schon mit deren Schuld wir ganz klar nachweisen können, dass im Bundestag die verbale Aussprache polemisch deutlich rauer geworden ist als in den vergangenen Jahren. Nein, es geht vor allem auch um die CDU. Aber es geht auch nicht nur um die CDU, es geht auch um sehr, sehr viele andere Parteien, die sich gar nicht derer gewahr sind, dass sie ein Kernelement von Faschismus beinhalten. Und der Beginn dessen ist bereits die Exklusion Menschen, die anders denken. Und Menschen, die anders denken, sind aus linker Position betrachtet die die rechts stehen. Das heißt, der Kampf gegen rechts ist per se erstmal nicht das Ziel. Denn der Kampf gegen rechts beinhaltet eine Möglichkeit zu Gewalt gegen andere. Genau auch wie der Kampf von rechts gegen links Gewalt beinhaltet, weil es eben ein Kampf ist. Und ein Kampf klassifiziert sich dadurch, dass man auf irgendeine Art und Weise versucht, seinen politischen Feind zu vernichten. Auf irgendeine Art und Weise. Sei es, dass man ihn diskreditiert, dass man ihm seine Rechte entzieht, dass man den Mundhut macht oder dass man ihn sofort tötet. Denn wenn man ein Plakat aufhängt, das besagt, man müsse AfDler töten, AfDler töten, dann ist das, egal aus welcher Sicht man es betrachtet, entweder ein lügenvoller Vorwurf, denn man kann nicht per se behaupten, dass AfDler töten, oder es ist eine Volksverhetzung, die eben dazu führt, dass man dazu anstachelt, AfDler zu töten. Je nachdem, wie man das grammatisch betrachten möchte. Und das ist bei Demos gegen rechts ist das offenkundig. Und ich kann das deshalb nicht unterstützen, weil es eben nur ein Aspekt von menschlichem Bedürfnis ist. Es ist eine Seite von bestimmten Menschen, aber es gibt halt auch die andere Seite. Und die andere Seite, das ist offenkundig. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass Rechtsextremismus nicht nur eine Ideologie ist, die sehr vielen Menschen inklusive sich selbst Schaden zufügen kann, sondern das Rechtsextremismus allein schon aus historischem Hintergrund sich nicht bewährt hat. Problematischerweise, auch hier darf man natürlich progressiv mit kommunistisch nicht verwechseln, ist aber auch Kommunismus bisher etwas gewesen, was sich in der Geschichte nicht bewährt hat. Schaue man sich die Sowjetunion damals an, oder auch davor schon. Das bedeutet, das Kernproblem ist der Faschismus und das Kernproblem ist vor allem dabei, dass die Menschen nicht merken, dass sie selbst faschistisch agieren, sei es nur, dass sie gegen jemanden kämpfen. Denn der Kampf gegen XY ist eigentlich nur ein Kampf, nichts anderes. Es ist auch nicht richtig oder falsch, das erstmal zu tun oder das anzustreben. Aber es ist ein Kampf und wir können uns überlegen, ob wir diesen Kampf wollen. Ob wir diesen Kampf deshalb wollen, weil wir anderen die Rechte wegnehmen wollen oder ob wir dafür kämpfen wollen, in dem eher im semantisch verstandenen Sinne, dass unsere eigenen Rechte verbessert werden. Und unsere eigenen Rechte, da wird es nämlich jetzt sehr interessant, können, wie erwähnt, nur dann erkämpft werden, wenn wir verständlich machen, warum diese Rechte in sich schlüssig korrekt sind. Wenn es in sich schlüssig korrekt ist, dass ein Mann plötzlich sich in einer Art Transperson quasi zu einer Frau wechseln, umoperieren lassen kann, dann ist das sein gutes Recht. Dann ist das ihr gutes Recht. Es ist auch ihr gutes Recht zu wollen, wie sie angesprochen werden möchte. Es ist ihr gutes Recht, Gendersternchen zu verwenden, wenngleich andere Personen diese Ideologie nicht teilen. Aber die anderen Personen sollen eben dann danach handeln, wie sie es für richtig halten. Nämlich, sie wenden keine Gendersternchen an, sie selbst sehen nicht das Bedürfnis, sich umoperieren zu müssen. Trotzdem ist das ein menschliches Bedürfnis. Beide Aspekte sind menschliche Bedürfnisse und wir können eben nicht andere dazu auffordern, also klar, wir können sie dazu auffordern, wir können sie vor allem nicht durch ein Gesetz dazu zwingen, sie so zu behandeln, wie es der eigenen Ansicht widerstrebt. Wir können die Gesellschaft nicht zu einer bestimmten Form, zu einem Dogma verpflichten, wie sich Menschen zu verhalten haben. Und natürlich können wir da grundsätzliche Mechanismen, wie Beleidigungen, Gewalt oder Mord, das müssen wir hierbei ausschließen, denn solange das erlaubt bliebe oder bleiben würde, würde die Gesellschaft auseinanderbrechen. Jeder würde einfach grundsätzlich erstmal alles machen und das ist etwas, warum wir auch eine gewisse Art von Kontrolle benötigen, damit unsere Gesellschaft im Allgemeinen funktioniert. Aber spätestens, wenn wir uns den Krieg zwischen Russland und der Ukraine anschauen, dann sehen wir, dass das auch nur dann so lange gilt, solange der Staat diese Regeln befürwortet. Denn Russland hat unabhängig der Gründe, warum Putin die Ukraine angegriffen hat, hat Putin dieses Gesetz von Kontrolle sozusagen gebrochen. Denn im Krieg gibt es keine Regeln, denn Krieg beinhaltet ja bereits Mord. Und deswegen kann man dazu auch ganz klar sagen, dass es sich hier um Völkermord handelt. Deswegen kann ich diesen Krieg in keiner Art und Weise gutheißen. Dabei ist es aber unerheblich, ob dieser Krieg von Putin ausgegangen ist oder ob man nun als Reaktion darauf Waffen in die Ukraine liefert, um diesen Krieg in irgendeiner Art und Weise zu befeuern. Dr. Christian Rijek hatte in einem seiner YouTube-Videos, könnt ihr euch sehr, sehr gerne mal anschauen, eine spieltheoretische Analyse durchgeführt, in der herauskam, dass es tatsächlich für alle am besten wäre, würde sich die Ukraine kampflos einnehmen lassen. Doch das widerspricht der Moral sehr, sehr vieler Menschen, da es ja nicht richtig zu sein scheint, dass eine Person machen kann, was sie will und die andere lässt es einfach mit sich machen. Genau das ist das große Problem. Die Moral steht uns manchmal, so redlich sie auch erstmal zu sein scheint, weil wir hier um Gerechtigkeit oder Fairness sprechen, dreht sie sich trotzdem im utilitaristischen Sinne, steht sie sich im Weg. Die Moral steht manchmal im Weg. Auch das ist witzigerweise etwas, was leider auch schon Hitler wusste. Wenn wir immer nur nach Moral gehen würden, dann würden wir dafür sorgen, dass die Moral sich selbst abschafft. Und interessanterweise habe auch ich das in Habecks Rede vernommen, den ich persönlich zwar etwas unsympathisch finde oder sogar sehr stark unsympathisch finde, also ich kann in keiner Weise mit Habeck sympathisieren. Aber eine Sache, die er gesagt hat, ist sehr klug. Wir dürfen Demokratie nicht dazu nutzen, um Rechte zu geben, die Demokratie abschaffen wollen. Nur ist auch da das Problem, dass das unabhängig der politischen Gesinnung gilt. Politische Gesinnung ist ja letztendlich nichts anderes rechts oder links. Allerdings befinden sie sich auf einer Ebene. Sie befinden sich eben nur in einem Machtkampf gegeneinander. Aber sie befinden sich eben nicht auf der übergeordneten Ebene, dass der Kampf per se schon etwas Schlechtes ist. Und der Kampf ist etwas Schlechtes. Jetzt möge man möglicherweise sagen, dass ein Kampf ja dann gerechtfertigt ist, wenn man versucht, sich zu wehren. Das heißt, wenn eine Art Angriff bereits vorangegangen ist, dann hat man ja das Recht, zurückzuschlagen. Und witzigerweise ist das nur teilweise der Fall. Wir müssen natürlich hier von dem Konzept Gewalt, das müssen wir jetzt erst mal auf Politik transferieren. Das heißt, Notwehr bedeutet beispielsweise nicht, dass wir zurückschlagen dürfen, sondern Notwehr bedeutet nur, dass wir die Hände vor uns halten, wenn wir geschlagen werden. Oder dass wir versuchen, diese Person festzuhalten, damit sie nicht mehr schlagen kann. Aber das bedeutet auch, dass wir grundsätzlich erst mal schauen müssen, ist es das angemessene Mittel und AfDler zu töten ist ganz gewiss kein angemessenes Mittel. Und zu sagen, dass AfDler töten, ist eine widerspenstige, aber auch ziemlich knallharte Lüge. Erst mal grundsätzlich, weil wir können das nicht auf alle AfDler beziehen, es ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache und ich bin auch froh, dass das nicht stimmt, was man auf Anti-AfD-Demos sagt. Was nichts daran ändert, dass das AfDler möglicherweise irgendwann mal tun könnte. Aber das kann jeder. Jeder könnte jemanden verletzen. Kommen wir zu einem weiteren Aspekt des Faschismus. Faschismus findet also, wie wir bereits festgestellt haben, genau dann statt, sobald wir versuchen, andere Menschen zu exkludieren, die nicht unserer Ideologie folgen. Und jeder behauptet von sich selbst, der Gute zu sein. Und jeder behauptet von dem anderen, der Böse zu sein. Hier liegt also eine Grundproblematik vor. Und diese Grundproblematik, die tatsächlich muss bearbeitet werden. Ich sage nicht bekämpft werden, sie muss bearbeitet werden. Sie muss bearbeitet werden, indem wir Debatten führen, indem wir miteinander diskutieren, indem wir miteinander sprechen. Und das so lange tun, bis alle Argumente ausgeschlachtet sind und wir eben eine unwidersprüchliche Ideologie haben. Denn am Ende ist alles Ideologie. Alles ist Ideologie. Und Faschismus tut genau das. Faschismus bedeutet ja Bündeln. Dass sich eine Gemeinschaft um ein bestimmtes Thema, um eine bestimmte Ideologie bündelt. Und quasi damit eine Gemeinschaft bildet. Das heißt, wir benötigen Ideologie, um überhaupt noch irgendeiner Sache, irgendeiner Handlung, irgendeiner Situation einen bestimmten Wert zuzusprechen. Wir benötigen das als Gesamtgesellschaft. Mir ist leider auch klar, dass Menschen nicht aus der Matrix aussteigen können. Alleine schon deshalb, weil sie Menschen sind, im letzten Endes. Das ist also auch hier im Grunde genommen der Beweis dafür, dass Humanismus, so schön er auch angestrebt werden kann, nicht zu 100% funktioniert. Alleine schon deswegen, weil es immer Menschen gibt, die dem Humanismus widersagen. Interessanterweise sorgt Humanismus allerdings dafür, dass wir auch diese Menschen als Menschen akzeptieren und nicht als Monster oder Unmenschen. Es ist meines Erachtens nach das Unwort zu sagen, dass jemand ein Unmensch ist, weil das vielleicht aus moralischer Instanz so betrachtet werden kann, wenn man beispielsweise Flüchtlingsheime anzündet oder Kinder vergewaltigt. Aus meiner persönlichen Ansicht verstehe ich, dass man sagt, dass es ein Unmensch ist. Trotzdem ist eben das auch ein Teil der Menschlichkeit, weil es hat ja ein Mensch ausgeübt. Wir dürfen also Menschlichkeit nicht nur im gutem Sinne verstehen, sondern nur als das, was es tatsächlich ist und eben nicht resultierend aus Wunschdenke. Was ich auch noch beobachte, ist, dass wir sehr, sehr häufig die Symptome bekämpfen, nicht aber die Ursachen. Die Ursachen, die dafür überhaupt erst sorgen, das ist Wut. Das ist Wut und das ist Angst. Und Angst wird übrigens auch nur deshalb gemacht, weil andere Menschen Angst haben. Also wenn beispielsweise Rechte sagen, dass die Flüchtlinge und die Migranten alle in unser Land kommen und uns alles wegnehmen, dann wird bei anderen Menschen, die das zuvor nie betroffen haben, Angst geschürt. Und irgendwann erkennen sie, oh, die Gesetze, die sind ja tatsächlich so ausgelegt, dass wir davon betroffen sein könnten. Wir zahlen ja unverhältnismäßig mehr für Menschen, die in unserem Land die gearbeitet haben. Das ist daher also grundsätzlich ein Argument, was sich sogar aus ideologischer Instanz tragen lässt. Es lässt sich tragen, dass wir sagen, wir wollen keine Migranten in unserem Land haben, die nehmen uns alles weg, solange sie uns alles wegnehmen. Nur ist ja auch hier wieder eben keine Differenzierung vorgenommen worden, denn man muss unterscheiden zwischen Messerstechern und Vergewaltigern. Und ich gehe ja auch davon aus, dass Frau Weidel sich dieser polemischen Satire und Überspitzung bewusst ist innerhalb ihrer Reden. Trotzdem ist mir nicht so ganz klar, ob sich die anderen Menschen, die ihr zuhören, sich dieser Differenzierung bewusst sind. Vor allem, wenn man das Ganze stets perpetuierend wiederholt. Und da denke ich, ist das Problem, die Differenzierungen werden nicht vorgenommen. Denn es ist ja letztendlich völlig egal, ob jemand heller Hautfarbe ist oder dunkler Hautfarbe. Und selbst wenn nicht, selbst wenn das nicht egal wäre, es gibt halt auch sehr viele Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, bei denen gar nicht offenkundig ist, dass sie einen Migrationshintergrund haben, weil sie eben nicht so aussehen. Nur weil der Großvater oder der Urgroßvater irgendwann mal aus einem anderen Land gekommen ist. Das werden selbst die Ultrarechten erkennen. Und das ist witzigerweise auch in einem nationalsozialistischen Staat. Damals in den 1930er Jahren ist genau das geschehen, wo einst ein Lehrer eine Geschichte, eine kleine Anekdote erzählt hatte, wo sich ein Jude in eine deutsche Schule eingeschlichen hat und nicht als Jude erkannt wurde. Ganz im Gegenteil, Man hat ihn dafür gelobt, dass er ein Deutscher ist. Das heißt, es ist letztendlich damit alleine schon deswegen bewiesen, dass selbst innerhalb der schlimmsten Zeiten im Nationalsozialismus die Hautfarbe, besser gesagt die Herkunft, völlig egal ist. Und vor allem das Judentum ist ja letztendlich auch nur eine Religion. Also wir müssen das auch nochmal unterscheiden, natürlich grundsätzlich zwischen einer Kultur, zwischen einer Religion und zwischen einer Herkunft, beziehungsweise zwischen einer Hautfarbe. Rassismus ist eben auch teilweise inhärent einhergehend mit Kulturfeindlichkeit und nicht nur mit Hautfarbenfeindlichkeit. Auch diesen Unterschied müssen wir treffen. Ein weiteres Problem, was ich hier nochmal kurz wiederholen möchte oder vielleicht etwas ausdifferenzieren möchte. Ausdifferenzieren, auszudifferenzieren ist an dieser Stelle, dass wir daran arbeiten müssen, vor allem nicht gegen jemanden zu kämpfen, sondern für uns selbst zu kämpfen. Und das darf eben nicht so weit gehen, dass wir dabei andere Menschen ausschließen. Das beinhaltet eben linke Menschen, woke Menschen, linksversiffte, wie man sie so schön nennt. Das beinhaltet aber auch, dass wir auch konservative Menschen nicht ausschließen, dass wir auch rechtsextreme Menschen nicht ausschließen. Denn der Grund, warum die Menschen so rechtsextrem sind, liegt teilweise auch darin behaftet, dass die Menschen ein Weltbild haben, in dem sie sich bestätigt fühlen, alleine zu sein. Wir sind die einzigen wenigen, die die große Wahrheit erkennen und alle anderen sehen das nicht. Und die anderen sind sehr wohl in der Lage, das zu erkennen und das zu sehen. Die, die progressiv sind, sind durchaus in der Lage. Aber das sind eben auch nicht alle, das ist eben auch nur ein bestimmter Teil. Genau wie bei denen, denen Rechtsextremismus vorgeworfen wird, die aber längst über den Punkt hinausgewachsen sind und einfach aus einer anderen Perspektive argumentieren. Den Menschen ist durchaus klar, was hier passiert. Und das Wichtigste, was wir jetzt tun müssen, ist eine Vorstellung davon zu entwickeln, was wir wollen. Ich denke, das wurde in sehr, sehr vielen großen Teilen gemacht, aber noch nicht zu Ende debattiert. Und dann muss man versuchen, dies auch im politischen Sinne umzusetzen. Und diese Art von Pluralismus, die derzeit gelebt werden kann, muss erhalten bleiben. Sowohl für Rechte als auch für Linke. Denn sonst landen wir genau in dem, was wir nicht wollen, in einem faschistischen, totalitären Staat, in dem offenbar nicht mehr jede Meinung zugelassen ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.